Eine weitere Neuerung, die man mehr oder minder auch sofort im Layout entdecken wird, betrifft die Keyframe-Aufnahmeknöpfe, die wir vor Parametern zum Beispiel finden können hier im Attribute-Manager. Sie sehen bereits hier an dem Effekt, den man erkennen kann, wenn ich mit dem Mauszeiger in die Nähe dieser Aufnahmeknöpfe komme, dass das hier etwas anders sich verhält, als wir das gewohnt sind aus älteren Versionen. Und zwar müssen wir jetzt hier keinen Hotkey, also keine zusätzlich gehaltene Taste mehr verwenden, um Keyframes aufzunehmen, sondern es reicht aus, einfach einen Klick auf diesen Kreis auszuführen und dann wird automatisch zu dem aktuellen Zeitpunkt ein Keyframe gesetzt. Ansonsten das Farbschema, das bekannte mit Gelb und Rot als Anzeige dafür, ob wir schon eine Animation vorliegen haben, ob die Werte eventuell andere sind als die, die schon aufgenommen wurden. Das alles wurde beibehalten. Nur eben dieses Verhalten, dass man keine zusätzliche Taste mehr halten muss, zum Aufnehmen ist neu. Das heißt, wenn wir an einem Keyframe sitzen und möchten das gerne loswerden, reicht auch ein einfacher Klick aus. Ich würde jetzt hier einen neuen Wert eintragen, einfach wieder draufklicken zum Aufnehmen. Das ist natürlich besonders spannend oder angenehm für Leute, die ein Grafiktablett für die Eingabe verwenden, weil man eben keine zusätzliche Taste mehr halten muss, sondern einfach hier draufklicken kann. In die gleiche Richtung zielt ab, dass ich diese Aufnahme jetzt auch sehr einfach übertragen kann durch Übermalen. Das heißt, ich kann hier, indem ich die linke Maustaste halte, praktisch, Sie sehen es jetzt hier, kriegt man so ein Malwerkzeug angezeigt, kann ich ein Signal rübermalen zu anderen Feldern, die ebenfalls eine Keyframe-Aufnahme ermöglichen und muss eben hier nicht jedes Teil einzeln anklicken. Wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht und möchte praktisch die gesamte Animation, also nicht nur das eine Keyframe, sondern die ganze Animation, die ganze Sequenz wieder löschen, halte ich einfach Shift-Control oder Shift-Command, je nach Betriebssystem, klicke auf diesen Aufnahmekreis drauf und dann sehen Sie hier, es sind praktisch alle Keyframes auf einmal verschwunden. Wenn Sie sich da aus irgendwelchen Gründen gar nicht mit anfreunden können, gibt es einen sogenannten Legacy-Mode, also einen Modus, wo man auf das alte Verhalten wieder zurückschalten kann, nämlich in den Programm-Voreinstellungen. In der Kategorie Zeitleiste-Funktions-Graf, da sehen Sie hier oben Keyframe-Button in Klammern alt. Das heißt, wenn man das aktiviert, haben Sie wieder die alten Aufnahmeknöpfe, wo ich da mit Control oder Command draufklicken musste, um eben ein Keyframe zu setzen. Klammern Klammern Klammern